perfekt ja und willkommen mein name ist dann die welt und ich begrüße euch zurück zu display fallout 4 nach einem sehr action geladenen fahrt gucken wir uns noch mal hier genauer um ich habe mal kurz wollte mitgenommen und weil mich unterhalten uns mal mit denen weil sehr oft stimmte er mir ja zu wenn ich irgendwas hergestellt habe deswegen dachte ich was meinst du das war keine beziehung irgendwie vertieft sind beide missionen darin anscheinend ja darauf hat zum part war schon ein bisschen heftig musste jetzt nicht unbedingt sein aber wir haben es irgendwie geschafft lange nicht noch einer kommt bin ich erst mal zufrieden mit dem ort sind einige dinge die man nicht untersucht damit man hätte vielleicht die geschütze irgendwie so oder auch nicht hat er da drin er bestimmt wieso darauf geantwortet nachdem ich irgendwie power genommen hat irgendwie soweit da ist eine kiste hallo würde ich haben ich habe mir den mental wieder ein bisschen geleert kann ich wieder allen möglichen müll mitnehmen da ist doch blöde viech folgenehme notsignal okay okay Wo ist das Notsignal, ist auch noch was, wo ich reingehen kann und da ist er aber ganz weg, was? Wie Autsch, Fragezeichen. Ja, wäre beinahe ein Autsch gewesen. Noch irgendwelche Minen. Ich nehme an, der ist da drinnen, ne? 54, aber nicht. Da wollte ich ja echt das Radio einmachen, da ist vielleicht was, ne? Ne, jetzt wird es wieder schwächer. Da wäre auch direkt hier. Ja, nein. Mein Gott. Was ist denn das? Ich würde mir vorstellen, wieder in so einem zerstörten Haus. County Crossing. Wo denn? Ganz einfach da rein. Muss ja drin sein. Oder? Ich vorstelle, dass hier einfach so außerhalb ist. Räumen wir mal da drinnen, alles ist weg. Ja, siehst du, das ist hier drin, ne? Ja, ich warte so. Ja, das ist ein Spaß. Das ist ein Spaß. da kann man meinen ganzen erfahrungspunkte hallo hey ich hab mir meine gesamten erfahrungspunkte zu klauen aber nicht schnapps glas ach da ist dieser eine raum nehme ich mal an da ist der eine raum von draußen sah irgendwie so ähnlich aus aber torrents 0 engine predators warum geben die mir die dinge zurück dieser ist so einfach bei den dingern ganz einfach nur glück haben und ich kann jetzt alle dinge öffnen ja ich hab ja in der letzten folge den skill hier maximiert manchmal aber nicht maximieren bräuchte nicht verhindert dann nur hat man in eine tür wahrscheinlich erst mal haben wir alles weg also der dinge brauche ich jetzt wirklich nicht hier im maximalen level von dem skill sorgt ja nur für die dinge gesperrt werden wenn ich das falsch mache weil das schwachsinnig kann ich auch so machen muss ich einfach nur immer bevor ich ein paar maßel rausgehen wir haben die schwachsinnig gemacht genau so wie das hier mit schlösser knacken ist auch ein verschwärter punkt ja klammern ist seit ewigkeiten immer noch genug weil da muss ja schon richtig beschissen sein da muss ja schon richtig irgendwie schlecht sein im schlösser knacken also irgendwie für jedes schloss irgendwie weiß ich nicht 20 dinge oder so verbaut oder so also irgendwie wenig cool komischerweise sind ja komischerweise wenig cool komisch und das gewisse auch irgendwie nicht großwart stehe jetzt nicht war es hier am gegnern kann ich mir jetzt nicht so vorstellen hey ja kurz und hat mir auch wasser gegeben mal her ist noch er hat Automatstein gepackt wer ist er nicht oh ok und da ist nun Zonoban ja ja Es ist drei Stunden her, dass ich meinen Notrufsender aktiviert habe. Noch immer keine Nachricht vom Paladin oder Ferris. Ihr Ziel war die Satellitenstation an der Küste. Vielleicht sind sie außerhalb der Reichweite. Meine Befehle lauten diese Position, um jeden Preis zu halten. Die gesamte Anlage wurde überrannt. Lange wird die Tür nicht mehr halten. Paladin Brandes, Sir. Es war mir eine Ehre. Ich bin da raus, aber mir habe ich die eine Mission noch nicht abgeschlossen. Mein Gott. Ist gar nicht hier, oder was? Dann sagt man nur die ganze Zeit, ich soll da reingehen. Jetzt kommt wahrscheinlich hier ein Legendärer, ne? Das ist das gleiche Spiel wie im letzten Part. Ja, wahrscheinlich. Hier wartet direkt einer. Ja, ich muss jetzt, wir kommen in so einen Raum irgendwie. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Keine Arme mehr. Noch eine Sinn-Furassung. Mann. Boah. Hoffen wir mal meine Erfangensmittel zu klauen. Das ist jetzt der andere, war noch einer. Konzerne, der Nationalgarde. Muss aber wahrscheinlich da alle erledigen. Aber da war schon ein Legendärer am Rumlaufen. Deswegen glaube ich jetzt nicht, dass hier noch was Schwierigeres kommen. War also das Climax, sag ich mal. Ja, okay. Ich muss schon sagen, irgendwie will ich auch. Falsch, komm. Au. Ich komme gerade erst jetzt fort. Einige Wien waren auch ein bisschen klein. Zurück. Oh Mann. Warte. Die Zigaretten zum Verkaufen. Noch mehr Müll zum Sammeln. Das ist nur ein A. Ich will den Angriff abbricht, wenn ich in Patrice-Modus gehe. Oh, Entschuldigung, oh Gott, ich habe keine Chance auf den Treffer. Was? Was? Boah, echt. Boah, echt, lass mich hier. Ich habe mich schon wieder gefangen. Zum Glück habe ich gerade schnell gespeichert, aber ich wusste, irgendein Scheiß kommt doch hier wieder. Ah, ey. So, habe ich auf dem Pi alles, ja. Oh, da ist es nicht. Da hat noch mal ein Armee. Mal, genau. So, wie kann ich hier sein? Scheiß nicht. Ich hab mich nicht mitgebracht. Auf mich ist nicht leidend, wirklich? Ich bin, nicht. Schropparton, irgendwann. Alter. Alter. Mann, könnt ihr mir mal aus dem Weg gehen? Boah, vor allem die Strahlen, die ich jetzt schon wieder ab hab, ne? Hui. Bist du eigentlich? Ist der ein Dropkick machen oder was? Da kann ich nichts mehr machen, okay. Guck mal, er. Da kann ich doch noch angreifen, bitte. Hi. Sehr gut. Okay, sind wir fertig? Ich glaube schon, ne? Huh. Das war mal wieder ein Abenteuer. Ein paar Gule, alleine, ich hab nie geschafft. Ja. Und weiter bei krieg ich auch wieder zurück. Sehr gut. Hattengift. Wollen wir mal. Ich hab noch nichts vergessen. Vorsicht, ja. Ich hab ja alles gelüftet, äh, gesäubert. Gehöftet. Was? Wahrscheinlich, wenn ich zurückkomme, sagt er mir direkt, oh, da gibt's noch was, was du erledigen kannst. Ha. Ich hasse diese Typen. Oh, hi. Geil. Wär so geil gewesen. Haha. Und ich hab mir ein Trophäe bekommen. Nochmal verleckte Einsätze, okay. Sehr geil. Also erst kommt mich da runter gesprungen, trefft natürlich nicht, dann kommt er runter gesprungen, dann... Das ist ja natürlich wieder so typisch. Ich wollte hier Estade Show sein. Was haben wir hier alles? Wahrscheinlich nicht, wahrscheinlich hab ich wieder Sachen verpasst, aber... Soll's. Warte. So. Entschuldigung. So, hier. Ja, kurz vor Ort. Ah, schluss, die brauch ich. Na, ne, ist ja aber nicht mehr, ne. Ich glaube nicht. ich mach mal raus hier soll ich jetzt weiter Emissionen machen oder soll ich erst mal Emissionen hier abgeben weiß ich nicht ach ja dann weiß so fällig ja da muss man hier in ok ist dann nur in der nähe dann gehen wir mal hin naja die länger machen also was erwarten natürlich wieder zehn milliarden radar noch schlimmeres super mutanten hole das sind so säcke das sind super mutanten super da greift mal meinen präventivschlag was kämpfen die kotz was echt du bist schon hier ja genau schießt da hinten ist ein weet die bird heißen glaube ich das ist ja das ist ja das ist ja das ist ja stand die ganze zeit da und hat so legendäre gegner ist bei jedem encounter ja kommen die ein unaufhaltsam man da kommt gerade wie gerufen eigentlich wo ist da noch einer jetzt habe ich diese typen noch nie was töten gesehen diese wti birds ja ich weiß ja lagen noch ein paar war immer wie die selber kaputt gemacht worden sind naja ich hab's voll drauf wo wir machen nicht schon wieder was macht mir schon mehr so viel schaden nein 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 nicht nachdem ich jetzt hier schon wieder ein paar erledigt habe ich weiß doch wieder wieder hier so abläuft noch ein wenig wird noch einer ehrlich macht mal was also die eigentlich versteuert wer ballert mich damit volle möhre weg wenn man richtig gefährlich ist es da aber ich komme nicht näher an und der platz ist schon wieder leicht vorbei und da hinten ist das natürlich nachdem ich wünschte ich meinen schafften grönen bisschen mehr schaden machen ich lasse nie eine aufgabe unverendet irgendwann finde ich dich so auf gott wird wir schüllen ja erstmal wir enden den part wir sagen ja in der nächsten folge machen wir die super mutanten dann fertig vielen dank fürs zuschauen und tschüss bis zur nächsten folge